Genau, und ich finde es auch total Freude und sowas. Das steht aber wahrscheinlich schon seit Jahren hier leer. Boah, stinkt. Oh, mein Liebermann, wie macht das? Hier kannst du auch nicht mal weiter, hier ist schon alles zugewachsen. Ich muss die Nase schon zuhalten. Hier waren Toiletten, eindeutig. Abwasserrohr. Aber das sind die einzigsten zwei Häuser, die nicht weggerissen wurden. Sonst wurde hier alles platt gemacht vom Gärtnereigelände. Die beten nicht. Ja. Ja, das muss man dir höchstens sagen. Komm, du Mimose hoch. Du bist ein Pfeife hoch. 3 bist du, Mensch. Doof kann man denn bloß sein. Scheißhäuser. Das sind Scheißhäuser, das waren hier drinnen. Guck mal, wenn du hier die kleinen Räumlichkeiten siehst, Fenster, das wären Toiletten gewesen sein. Was für anderes willst du denn den? Guck mal, da hast du... Hier war wahrscheinlich noch das Waschbecken. Davon noch die Halterung. Hier unten war das Rohr. So. Aber das Haus sieht noch besser aus, im Gegensatz zu dem anderen. Das stimmt. Ich meine von innen. Ach so. Bei dem anderen, da war ich ja nicht drin, da saß es richtig zurück. Von dem anderen, da sah das richtig... Naja, mehr bekriegelt aus und mehr Müll. Also, ob sie da irgendwo schon probiert haben, was sein Kern und haben das einfach liegen lassen.